Hallo? Ja, Andrey! Hallo, alles ist erlaubt! Alles? Alles? Bist du dir sicher? Wir machen Smoke Party. Was ist denn eine Smoke? Snack Byte oder Poison Cloth? Alle spielen Helden, die sie nicht können und dann kommt die Christm Ninjad Tr dragged Nach der erste Runde musst du es Oh, Dankeschön Ich will beide an sich eingeschroffen fühlen Reiner! Ah, der ist ja wirklich! LOL Der ist noch Nicht mehr da Ey, warum? Wo ist sie denn? Ähm Jetzt gesehen! Oh shit! Oh ja Mit Ranken hat das nicht passiert Was ist da passiert mit euch? Ich hab die ersten 2 Sekunden des Matches mitbekommen Danach war ich weg Ich hab ein Match bekommen, weil die 3 Leute vor mir nicht gedeckt haben Ich kann euch ziemlich gut halten Deckt ihr nur die übrigen Winkel ab Ich war keiner davon, oder? Doch Hatte der Phoenix sich noch geholt, oder was? Jaaa Oh Deswegen hat er mich nicht getroffen Nicht zu viel nachdenken, das ist meine Aufgabe Bei deinem Maul Genau Genau Aber wir waren keine gute Runde, oder? Doch, wir haben gewonnen Warte Oh, das übliche Halt Ja 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 Möchtest du planen? Kopfschuss Gegner gesichtet Ah Ah Zwei Steht Lauf Kleiner Knallkopf Lauf Letzter lebender Spieler Fuck Das ist Splitter Splitter? Ne, ist kein Left 4 Dead Ein Gegner übrig Moment, mit Wasser hat er sich umgefallen? Mit der Wand Oh Wunderschön Team MVP Ich muss jetzt aufhören Alte 4 Besser wirds nicht Mit 2 kills Ja Darauf bilde ich mir jetzt was ein Das ist gut, ja Mal hier auch so Was brauchst du denn? Short Rauch im Anmarsch Lade nach Einer für mich Lade nach Ok Ich hab' nicht gesehen Ich hab' nicht gesehen Ja, toller Buch von mir Sehr toll Ich hab' nicht gesehen Genau Ach ja Des Ich hab' nicht gesehen Hör' sie dir Ich versuch's. Bin ich flau genug. Wir können nicht immer das gleiche machen. Das ist ne Lüge. Die Schatten bewegen sich. Hm, nö. Das Aim hab ich nicht. Hm, nur ein Hit. Rauch im Anmarsch. Standback bereit. Oh. Letzter lebender Spieler. Unangenehm. Oh. 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 Oh, oh. Der kommt unterwegs. Ich habe den Spike. Ich hab den Spike fallen gelassen. Ich habe den Spike. Hinter uns schon. Was ist hinter uns? Spawn? Ich mein, ich hab einen hinter uns gehört. Rauch im Anmarsch. Also ich würde besser abhauen. Beiglassiert. Du guckst doch schon. Aus dem Weg! Scheiße. Was? Wo sind die? Ist die los? Oh nein, ich bin reingerannt, ich Horst! Ich bin ein Millimeter rein. Wie ist die denn da noch? Ich bin reingerannt. Der defused ja gar nicht! Beider im Spot. Ah, und die Granate kam nicht übers Dach. Könnt ihr mir beraten, wie der an euch vorbeigerannt ist? Der war... Äh, an uns ist keiner vorbeigerannt. Doch. Nein, wir haben hinten geschaut. Ja, und von innen kam keiner. Ja, super. Ich war genau auf dem Spot in Bindung gestorben. Wie ein Held. Hm, nicht so. Boah, jetzt gehen wir einfach mal in die Mitte. Da ist kein Kijoi-Scheiß und dann passt das. Das ist ja meine Arbe. Klappe zu! Affe tot! Ich glaub ich sollte ja nicht stehen wenn er auch weg geht. Ich glaub ich sollte ja nicht stehen wenn er auch weg geht. Wo geht's diesmal hin? Macht einfach was bisher geklappt hat. Das ist so. Das ist so. Aber ich will mal wieder tönen. Du hast auch schon in die Mitte gewinnt. Warte an. Du musst den Abi erfahren lernen. Na los. Ja. Hör... Hörabji. Hab den Spike fallen gelassen. Hast du den Spike fallen gelassen. Hab den Spike fallen gelassen. Hab das mal... Wir gehen da jetzt einfach durch. Fuck. Awww. Nee! Gegner gesichtet. Jo. Hey. Trifft ihr noch? Trifft ihr noch? Warum macht ihr die so lange? Weiß ich nicht. Das war lustig. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Sauber. Scheiße. Ja, er hat ihn fast. Noch 30 Sekunden. Wie viel hat er durchgeschossen? Passt genau auf. Vielleicht lernt ihr was. Ja, 013 incoming. Let's go! Er hat mich gebaitet. Ich will euch kriechen sehen. Gegner gesichtet. Hat ihr da nen Gegner gesichtet? Ich hab keine Ahnung. Natürlich, ich guck gerade auf die Minimap. Gegner gesichtet. Gib mir das! Ach! Die ist links in der Ecke. Hast du eine Ult gemacht? Ja. Nein! Der Volli! Ah! Nein! Oh ja, okay. Da oben war niemand. Ladung raus! Oh! Da wird daneben geworben! Einer kommt von hinten. Solo da rein. Warum? Äh. Wie kann man die denn wegmachen? Ach, weil der andere nicht drin war! Der andere, du musst drin stehen, ne? Ein Gegner übrig. Das war's glaub ich. Wieso? Was? Warum? Du musst in deiner Ulti drin bleiben, damit sie drin existieren bleibt. Was? Was für ne Scheiße? Okay. Die geht weg, wenn ich nicht drin bleibe. Ja. Ihr habt das, oben Countdown. Bis ich vielleicht dann sein muss, okay. Schick ich nicht. Chili Cringe. Ah, nein. Der kommt unter wir. Hat den beiden Gegner gesichtet. Gegner am Boden. Lade nach! Molly! Die Schatteträger! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Ähh. Woher? Ein Gegner übrig! Laufs deiner Knallkaufel! Der ist B, wir können uns ab! Lade! Ich hab ihn gesehen. Oh! Oh, ich hab die ja noch spawnen sehen in ihrem Spawn. Oh, ich hätte jetzt gekauft. 121 durch meinen Banat. Der lebt einfach noch. Der ist im Weg. Der kommt unterwegs. Ich habe den Spike. Stimpack hier. Fertig. Ich platziere Nanosparm. Nanosparm raus. Schnapp ihn hier. Rauch in meinen Arsch. Die Klappe zu, Affe tot. Stimpack bereit. Ich hab die Bombe ja gar nicht. Und tschüss. Nein, stirb! Fertig! 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 Markt. Also, das Mit-Ding. Ah, schade. Kann gleich mal ein A beholen. Och, er kriegt den Kill auch noch, unverdient. Was bist du für ein Scheißmaid? Ja, ich will nicht, dass der recht hat, dass er hier über uns steht. Was weißt du doch gar nicht, weil du so einen Rang nicht einsehen kannst. Widersprüche ist der Brawler. Aber er ist über uns. Ja. Ah, scheiße, ich kann jetzt nicht vertreten. Ich hätte es geschafft, wäre ich hier nicht am Eis gewesen. Scheiße, Eis. Nein, der steht doch bestimmt nicht. Nein, geht's nicht. Rauch im Anmarsch. Ich habe hier eine Smoke da reingemacht. Nein, der ist schon da. Ah, gib mir den Waffen noch. Der kommt unterwegs. Auf den? Nein. Nein, der ist schon da. Der blockiert dann hier. Noch 30 Sekunden. Ein Gegner übrig. Was ist sie da drin? Nein. Was ist sie denn dann? Die Schatten bewegen sich. Was? Er ist einfach rausgegangen. Nein. Warum schreibst du das zu warm-up? Nur so. Jetzt ist er gegangen. Ich sag doch raus, ey. Spiel verlassen, AFK melden. Aber es ist doch gar kein Warm-up. Warum leegst du? Das ist der Warm-up-Modus. Mir fiel nicht das andere von Competitive ein. Casual. Casual. Scheiße. Casual hier. Hä? Casual wird nicht wie kompensativ startet. Ich geh. Äh. Ripp, Leute. Oh, ich weiß nicht. Klappe zu. Affe tot. Ah, ich dachte er ist schon bei der Fall. Falsch. Gehört, würde ich mal hoffen. Letzter lebender Spieler. Verlust. Naja, er warf geil. Wie lief ihn? Makellos. Immerhin kriegen wir jetzt Kugeln. Oh je. Und Rüstung. Er ist genau richtig gekommen. Äh, gegangen. Oh, er ist noch da. Aber er ist wieder da. Oh. Lade nach. Schade. Ne, er ist nicht da. Er hat doch kein Verbindungssymbol. Er sieht aber, er ist zurück im Spiel. Er hat doch kein Ping. NTM. Was heißt das? Ruhig bleiben. Wir sind gut genug, um zu gewinnen. Keine Ahnung. Die sind vor A. Ne Horde. Ja. Gegner gesichtet. Spinback bereit. Nein. Ich würde gerade durchlaufen abstauben. Ich würde gerade durchlaufen abstauben. Rauch im Ander. Na, die verschieben doch, oder? Ich glaube, die verschieben. Ja, die kommen über A kurz. Ich habe einen, ihr seid dran. Die sind wieder A gegangen. Ein Gegner übrig. Oh, Leander. Der war böse. Der One-Tap des Todes. Wir sind bereit. Des Todes. So. Einfach mal ein bisschen just for fun hier. Ha. 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 Ist das wirklich? Ja. Oh Gott, Moment. Wer hat dich denn ausgebildet? Next. Die Jet ist noch in der Mitte gewesen. Ein Gegner übrig. Spike gefunden. Spike, alles klar. Aber Gist meldet Gefahr bei B. Okay. Ich glaube, er hat sich nicht selbst umgebracht, um uns zu verarschen. Er könnte ja mit uns reden. Gegner gesichtet. Du machst mich mit einer Shotgun, Hilfe! Ja, ich komme. Haltet ihn hin. Ich beile mich. Das klingt cool. Dankeschön. 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 Homo ist schon durch. Alles klar. Der ist schon durch. Achtung. Der ist close. Ladung rauf. Ladung rauf. Ladung rauf. Ladung rauf. Ladung rauf. Ladung rauf. Ja. Ein Gegner übrig. Ich bin zufrieden. Sicher? 100%. warte geht es das kann kugeln noch 30 sekunden du wolltest dein Held sein oder? ah die hab ich getroffen nein mein kleiner Schild verkackt danke sehr ja ich brauch den Ort nicht soll ich nochmal wieder kommen oder habt ihr denn nichts? ja die anderen muss ich brauche Hilfe ok ihr wisst was zu tun ist ich hab ja gar keine Waffe oh shit oh gott Dings A wird genommen geht aber zurück anschein oop oop kappa doop sieht jemand was? die Schatten bewegen sich kappa kappa pfff was denn tryhard ist er anspurt? vor A ja 2 2 mitte brimstone 2 hat noch 20 hp phoenix hat noch 80 hp k 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